Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit Mountain Dew in einer ganz besonderen Edition mit der Major Melon Edition. Wie krass sieht denn bitte schön diese Dose aus. Voll das schöne Design. Ich würde manchmal echt gerne mehr aufbewahren, aber dann platzt meine Wohnung auseinander. Aber so eine Dose, die würde ich gerne sammeln. Ich habe früher in den 90ern übrigens Cola-Dosen gesammelt. Wenn noch, schreibt es in die Kommentare. Meine liebste, schönste Cola-Dose war die von Bon Jovi. Die war nämlich grau und hatte so ein rotes Herz. Aber ich schweif schon wieder ab. Mountain Dew Major Melon gibt es in den USA als Special Edition und hier in einigen Online-Shops zu bestellen. Ich habe sie wieder von meinem Haus- und Hoflieferanten Beast Mode to Germany und ich bin sehr gespannt, wie diese kriegerische Wassermelone hier schmeckt. Das Design ist echt total irre. Ich frage mich gerade, spreche ich eigentlich Mountain Dew richtig aus? Ja. Da ist ja, glaube ich, schon jemand drauf hingewiesen. Ist ja nicht der erste Mountain Dew Test, aber ich bin jetzt gerade angefangen. Ich dachte immer, es gibt das nur in einer Sorte. Es gibt ja so viele Sorten davon, ihr Lieben. Da werde ich euch einige noch vorstellen. Lasst euch überraschen, was da alles so noch von Mountain Dew so rumspiert. Im Getränkekosmos aus den USA. Hier mit einer wunderschönen Melonigen Farbe und Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Wassermelongeschmack. Das habe ich nämlich auch gefragt. Ist da eigentlich Koffein drin? Die Frage ist hiermit beantwortet. Ja. Hier ist Koffein drin. Und ist hier Wassermelone drin? Ah, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Zucker ist hier drin. Genau. Es ist ein Getränk mit Zucker, also kein Siro oder irgendwelchen Austauschstoffen mit einer wunderschönen Farbe. Schaut euch mal diese Farbe an. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich habe die Lampen an. Nicht nur hier, auch hier oben in der Küche. Deswegen läuft es immer ganz besonders schön. Aber diese Farbe ist schon ein bisschen verstrahlt, muss ich sagen. Ich finde sie wunderschön. So vom Nagen wird es rosa. Ich probiere es jetzt mal. Oh, ist erfrischend. Und gar nicht so übersüß wie erwartet. Schmeckt echt wie so eine coole Wassermelone. Wie krass. Ich habe es gekühlt aus dem Kühlschrank. Wow. Und ich habe auch noch das Gefühl, es hat so einen Cooling-Effekt. Wie damals dieses Mountain Dew Frostbite. Und es hatte auch so einen Cool-Down-Effekt, als man das getrunken hat. Echt irre. Koffein ist übrigens 15,5 Milligramm pro 100 Milliliter. Das geht also nicht ganz so extrem. Ich glaube, das Maximum in Getränken in Deutschland liegt bei 25 Gramm. Zumindest bei so Cola-Getränken. Ich glaube, wenn man einen Energy-Drink hat, kann man sogar noch bis 30 Milligramm pro 100 Milliliter reinstecken. Vom Geschmack her ist es lecker. Nicht übertrieben süß, angenehm. Aber jetzt auch nicht den Geschmack neu erfunden. Ich würde es jetzt hier ausrasten und sagen so, wow, das ist der geilste Wassermelonengeschmack aller Zeiten. Ist nice to have. Kein Überflieger. Ganz lecker. Cooles Dosen-Design. Mit dem Cool-Effekt ist noch ganz gut dabei. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wirklich gibt es dafür sieben gute Punkte. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Das heißt sieben Punkte. Kann man machen, muss man aber nicht. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann gibt es definitiv, könnt ihr auch noch weitere Mountain Dew Tests hier sehen. Und schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr euch sonst noch für Getränke wünscht. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.